moin leute und willkommen zum nächsten video auf unserem kanal ja hier sind wir jetzt beim vierten kapitel angekommen das ist relativ simpel und sehr überschaubar im gegensatz zum dritten da gab es sehr sehr viel zu beachten genau angefangen kann man hier entweder auswählen stand folgen oder eben nicht folgen ich habe einfach mal einen kurzen clip eingebaut damit ihr das auch noch mal seht hier worauf wartest du ich bleibe hier hier können wir ganz entspannt befehlen sagen worauf wartest du und dann gehen die beiden los wenn ihr das nicht macht ihr seht ihr gleich die nächstmögliche entscheidung oder den anderen weg genau hier springen nämlich einmal nach unten bei meddy geblieben dort springen auch mal direkt rein dürfen wir uns denn umsehen hier kommt auch wieder stand möchtest lieber umsetzen oder hinter die kulissen schauen und da sagen wir jetzt natürlich den anderen weg wir sagen wir bleiben hier das bringt euch eben den fahrt zwischen den weiteren fahrt wo er dann auch noch dort eben rumeiert genau hier könnt ihr dann einfach sagen das erscheint einfach zu gut bei meddy im endeffekt ist es völlig egal glaube ich worum es da geht oder welche entscheidung man trifft den zweiten weg so oder so weil jemand eben mit meddy in diesem raum weiterhin steht und sich unterhält ich glaube da ist die entscheidung relativ egal habe ich die getroffen habe zwar auch minus bekommen ich denke mal das andere würde dann vielleicht plus geben habe aber dadurch den weg freigeschaltet aber das ist wie gesagt egal gehe ich einfach mal von aus genau dann sind wir im innenhof im innenhof können wir eigentlich nur wählen ja ist also ich muss sagen es ist egal wir haben hier die erinnerung geteilt das habe ich im ersten normalen run von mir auch gemacht und ich habe beide wege frei gehabt von daher würde ich sagen ist es automatisch genau das war es auch schon zu dem kapitel und ja ich hoffe das hat euch auch wie immer gefallen und dann sehen wir uns im nächsten video ja ja da gibt es was an das ich denken musste ich habe es bisher niemandem erzählt